Hallo Leute und Willkommen zum dritten Part von SelfHorace Bevor das Video beginnt, ich würde eigentlich nicht jedes Mal vor dem Video labern, aber ich möchte mal danke sagen, dass ihr mich voll supportet und so und dass ich eigentlich für wenig Aufrufe, ziemlich viele Likes habe und dass ihr einfach jedes Video schaut, finde ich richtig nice. Ich hoffe wir können das in der Zukunft noch ausweiten und jetzt würde ich sagen, los geht's. Ja, genau, so. Wir haben keine Pfeile oder so. Wow, ah springt hoch. Ja, hier ist er, hier ist er. Moment, ich würde ihn hacken. Ja, der Kopf von dieser Figur. Der Kopf. Oh, guck, mein Herz. Oh, Geld. Gib mir deine Kohle. Schade. Oh, hier ist einer. Nice. Ist bestimmt noch mehr. Lass ihn verbrennen, okay. Ja, lass ihn da aufhärmen. Okay, hier ist was zum Aufknacken. Hier ist was zum Angucken, nicht gucken, aber ein Seil und was doch. So viele Seile immer. Dann baue ich jetzt nochmal Schneeschuhe. Also man hat nie Seile, nie Seile. Okay, also das sieht ein bisschen aus, als würde hier gleich was kommen, weil... Ist doch viel Blut. Äh, ne, sind wir nicht von hier gekommen. Oh, ich hab Air Max. Boah, Alter. Hör mal, das ist ein Jesus, Alter. Jesus. Jesus, Alter. Ach, ne, hier waren wir. Ja, jetzt war der Lagerfeuer. Ja, da sind wir auch mal. Achso, dann war das so ein Rundgang, sozusagen. Okay, aber wir waren hier und dann sind wir hier lang. Das ist hier lang. Ne, waren wir noch auf, oder? Ne. Oh, Junge. Da sind drei Stück und der eine ist einfach gerade von der Decke gefallen. Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. Zurück. Zurück. Ich gehe ganz langsam voran. Wir wissen, sie sind da. Ja, es sind alle drei da. Das schaffen wir niemals. Wir haben zu wenig AP dafür. Wir mischen die Ficken, Alter. Hey, ich hab Essen. Vielleicht auch, aber wir brauchen Medizin und so auch mal. Na, kommt her, weil ich kann einen Monon machen. Kommt her, Alter. Ich mach euch heiß. Da. Sputz, Digger. Ich hab beide getroffen. Oh mein Gott. Der andere, der andere Lenny. Ja, ich verletze mich. Rind weg. Dickel. Oh, die haben so viel AP. Nice. Ne, er steht auf, Lenny. Hab den, hab den, hab den. Rind weg. Oh. Ah, beide kommen. Wieder weg oder? Hallo? Marcel? Hallo? Ah! Was ist denn da, blit? Ab jetzt auf der anderen Seite auch noch. Gehst du den? Äh, ja, ich hab ihn nicht gut. Nein! Mach! Beide! Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Fahr weg! Der andere noch. Er lebt noch. Der sieht aus wie der rote Ritter bei vorn halt. Pass auf! Los, töten, töten, töten! Los, töten, töten! Los, töten, töten! Ja. Okay, jetzt Lagerfeuer. Ja, ich mach, okay? Ja, okay. Oh. Hey! Hallo? Alter, das haben sie uns so verdient. Wir sind krasse Gangster. Die Rüstung ist ja voll geil. Ich guck erst mal, vielleicht haben wir hier ein bisschen schlecker, lecker Loot. Genau, schlecker, lecker Loot. Ja, komm, komm, erst mal zurück noch zu dem. Ja, ja. Da geht's auch noch irgendwie hoch. Oh, hier ist Tauchung angesagt. Mmh, lecker. Knochen. Lecker, echt? Was? Hass und Fick. Oh, ich werde noch. Ich werde sterben. Warte, dich hole ich jetzt nicht hoch. Weil du brennst nur. Komm mal erst mal lecker Knochen. Und noch mal Knochen. Ich mach mal so eine Fackel-Fackel. Boah, jetzt hab ich noch mal zwei Rüstungen, aber die andere Rüstung ist jetzt tot wegen dem Verbrennen. Schimpf. Okay. Schimpf. Kleidungskon... Ah, ich warte mal angucken. Oh, eine schöne Zeichnung. Zeig mal. Hier, bei mir. Hey, du rennst einfach weiter. Ja, hier bei mir. Okay. Oh. Schön. Sieht aus wie ein Zeppelin. Oh, Alkohol. Wie ist Alkohol? Warte, ich mach. War bestimmt mein Kind. Nee. Ich hab's dir weggenommen. Von mir im Brennpunkt. Mann, das ist so viel Alkohol. Kann ich keinem trinken, ey. Ich glaub, ich muss ein bisschen was trinken. Wie, siehst du schön aus, Benni? Warum? Ich hab noch eine Kleidung. Warte. Warte? Hm. Nee, siehst genau wie irgendwas. Scheiße. Iiiiih. Guter Witz. Ja, ne? Ist eigentlich ein guter Geschmack. Boah. Noch mehr Alkohol. Manzette. Oh mein Gott. Scheiße, wo? Ich kann's nix hinmachen. Alles klar. Aber doch jetzt hörst. Warte, wir würden uns noch mal platzieren. Das geht nicht. Nur. Was? Geh weg. War lag das hier? Ja, in dem Koffer. Ich hab's ja mitgenommen, ja. Alter, Mucke, Junge. Soll ich mal gucken, ob hier was ist? Nee. Hier drin? Okay. Doch. Ja? Ach nee, da weiß ich, dass da nichts drin ist. Da bin ich mal runtergetaucht. Okay, oh, ich muss mal was essen. Weiter, ich will ne andere Mucke. Die war, glaub ich, geil. Mal gucken. Oh mein, ich geh jetzt auch noch weiter. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal.